und wir machen jetzt erstmal hier unseren allerletzten rumble in gilde 2 gegen die emerald executioner 26 minuten noch und ich könnte es unter umständen schaffen dass wir dieses match gewinnen ich weiß es nicht es kommt natürlich auch auf den gegner drauf an ja 900 punkte müssen wir erst mal schauen was ich heraus holen kann so 900 punkte werde ich schon heute hat er gleich geburtstag nein habe ich nicht ich bin nicht noch ein jahr älter geworden ich bin nicht noch ein jahr näher der kiste gekommen ist niemand in den kommentaren fragen ob er sein alter oder mein alter veröffentlichen nein 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 hoffentlich hoffentlich regt sich von gegner jetzt nichts mehr das ding hier rocken dafür dass er gleich geburtstag hat man leichter und schreibt hashtag herzlichen so ja 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 hashtag birthday vorgeles so was mache ich jetzt hier machen wir den da so ich muss mir die schlimmer china kommt nicht mehr zum einsatz mal gucken wie viel 93 sieben punkte schon liegen lassen oh mein gott es wird recht ja es fehlen dir nicht mehr viele music stones oh man es könnte sein dass wir das noch jetzt hier rumreißen das wäre sensationell was ich habe so einfach geöffnet personalisierte bierfurt cool geil ich habe 48 epic stones kannst du es ja parallel rein machen deine sicht mag man eh nicht ich habe es richtig nicht hin nein das kriege ich nicht hin ne ich schule mir jetzt erstmal hier diese thunder cocktails das kriege ich nicht hin dann müsste ich die ganze szene blocken okay dann nicht rei x in rei x 11 punkte noch mal weg so und wo sind wir jetzt wo sie jetzt gleich gleich haben wir sie eingeholt gleich haben wir sie eingeholt der account wurde gespielt von mir also ich bin herr gleich eigentlich und das ist eigentlich herr sofort deswegen was erzählst du da wovon sprichst du ich spreche davon so das sehe ich jetzt mal als los an warum denn ja wenn du sagst dass du das jetzt hier bist und dass du gut bist dann sagst du ja eigentlich dass ich gut bin ja heute an deinem geburtstag kriegst du auch noch 100 überholt haben wir sie jetzt schon mal mega nice so und wie geht es weiter ja das ist jetzt allerdings eine gute frage ich fange mit dem roger an und dann das hasenkostüm da drauf oder nein das reichen ist wenn 31 nein dann mache ich das nicht dann mache ich lieber das jetzt hier ich glaube ich habe es nicht geschafft Mr. Business Herr Gleis und den Bob Herr Gleis dann mit dem langen stock mit scharfem stein long stick with sharp rock jaaa so dann hier den Eugene Belcher gegen den Peder und jetzt noch ein bisschen heilen mit hinzu aber das kommt nicht mehr zum Einsatz nein 86 Mann mein PC hängt what nein äh PC hängt doch komplett nein das ist normal wenn du dich ausläufst das hängt nicht mit deinem PC zusammen sondern mit der Seite das leckt mega ja das ist deswegen mache ich lieber folgendes gehe auf die Grundseite ja mach mich dort aus leckt es oh Gott leckt es ach ja ja was ist das 35 werden das hier ich kann das denn so lecken ähhh komm auf geht's no pain no gain so also und noch hier mit rüber gepuncht bäm so jetzt müssten wir hier fast 100 na wir haben sogar eine 100 erreicht ja man ach wenn ich jetzt im Müdsektiv dann wäre das so geil bäm 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 6 4 6 sind nur 300 Punkte bis jetzt das ist echt das ist schmerzhaft eng Wicked Lions na da bleibt mir ja nicht viel übrig momentan als das hier zu spielen jetzt könnte ich natürlich den Mr.Deliver machen oder aber nein komm ich gehe jetzt hier auf volles Risiko ich will nach Möglichkeit oh 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 Mock Trial ne ich gehe einen nach rechts oh Scheiße oh Gott das jetzt jetzt kriege ich den Frack voll jetzt kriege ich den Frack voll das tut jetzt weh Hip Hop Bob auf 2 das war bitter das war richtig bitter aber gut was wir zu machen ach das sind das sind so wichtige punkte ja denn der hiphop der hat jetzt wege die 200.000 views geknackt 21.000 views haben wir 200.000 also jetzt muss ich mal überlegen zum vergleich wir machen an ungefähr 2 tagen 1000 views wenn wir zum beispiel mal warte ich glaube wir machen das jetzt mal so vielleicht schaffen wir das ja mal wir können ja mal wenn wir ein bisschen mehr zeit haben gerade in den sommerferien dann mal dann können wir einfach mal einen monat daily uploads machen und also mit animativen tonern und gucken ja nur mit animativen tonern also jeden tag gibt es ein video von animativen tonern und vielleicht sogar noch du setzt mich gerade du setzt mich gerade unter stress weil wenn dann muss ich die ja machen das machst ja nicht du ja gut wir machen die zusammen wir sind ja zusammen ich mache hier den bohrpitz können wir einen tag sieben videos aufnehmen haben wir die woche frei also ich werde auf jeden fall wenn also wir machen mal so eine daily upload daily upload monat und da gibt es dann mal dann wird er mal richtig reingebaut oder egal du haust hier ein ding raus ja ich muss überlegen was jetzt hier wirklich am meisten sind ja gleich ist gut in diesem spiel ich bin viel zu viel für ihn an der nur uns sagen aber egal der gleich was du wolle auf jeden fall komm was du wolle aieieiei komm na gut jetzt auf geht's komm ach ach bist du dann nahrisch worden das reicht aber trotzdem nein es reicht noch ach er gleich wie schlecht ach halt die kuschel vor dem video sagte er noch wir dürfen uns keine 10 punkte erlauben ja hui die kuschel ja guck mal wir sind jetzt gerade mal 500 punkte nur vorne du bist ja nicht also hui die kuschel macht in einem kampf elf punkte pfff was elf punkte weg und das nur durch Herrgleich warte wenn ich spielen würde ich würde ich würde ich würde jeden mit einer 100 zerstören gell Herrgleich ja 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 jeden mit einer 100 immer mit einer 100 oh scheiße alle so kaputt machen nein ach bist du schlecht wer die kuschel ich merke hier Herrgleichs skill ist auf 0 heute die kuschel wenn du das jetzt verlierst heute die kuschel ich muss jetzt erstmal das hier machen so jetzt muss ich weiter hier rüber bäm ach heute gleich hat dir mal was gehört Habe ich gerade noch so gerettet. Habe ich gerade noch so gerettet. Wer hätte das gedacht eben gerade? Du hast schon damit gerechnet, dass ich das verliere. Ja. Wahrscheinlich alle anderen auch. Was soll man denn sonst recht? Aber du machst dich wahrscheinlich schon um 70. Also wenn du jetzt nur 70 oder so wird, dann... Ja, das ist 84. Das ist egal. 84 sind besser als 10. 84 sind besser als 10. Das ist durchschuldig. Ach, Leute. So, also jetzt haben wir auf jeden Fall jetzt... Ah, fangen die neu an? Ja. Ha, ha. Oh nein. Was heißt hier, ha, ha? Das ist überhaupt nicht witzig. Nein, das finde ich auch nicht witzig. Dafür gibt man sich Mühe, dass man zum Schluss noch verliert oder was? Und dann sagst du, ha, ha. Dann sagst du, ha, ha. So. Äh, nicht, nicht, nicht. Sonst geht der erste Mal wieder raus. Alter, mir fliegt das Trommelfall weg und allen anderen auch. Nein, weil es Mikrofon weit von mir entfernt ist. Hallo, also, hallo. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Liken auf den Tag. Schreibt uns in den Kommentaren, wir sind halt. Tschüss. Ciao, macht's gut. Bis dann. Drückt uns die Daumen. Ciao. Hashtag Herrgleich ist schlecht und Hashtag herzlichen Glückwunsch Herrgleich. Auf jetzt. Keine Zeit.